Hallo Leute und herzlich willkommen zur neuen Folge von Spider-Man Shattered Dimensions. Wir machen wieder weiter. So, wir sind jetzt hier. Wir haben ihn Skorpion, den letzten Fall hat er besiegt. Und jetzt machen wir hier weiter. Auf geht's. Spannende Musik für Black Ops Missions, Assassinations und Birthday Parties. Ich weiß, was es wirder ist, dass dieser Mann irgendwie zurückkehlt von der Tod. Oder dass sie ihm ein TV-Show gegeben haben. Wir haben ein sehr speziell Pain-Faktor. Mit einem sehr speziellen Gast in der Gauntlet. Wer? Du, Spiderman! Was? Das ist richtig! Unsere Gast heute wird derjenige, derjenige, der Spiderman-Friendly-Neighborhood-Spiderman! Weil er braucht das. Telefon, du bist eine cool-Mistress. Du kennst, du kannst du innen. Wow, das ist nicht großartig oder nichts. Kann jemand sagen, übercompensating? Spidey! Kann ich dich, Spidey? Hey, danke für die Teil unserer kleinen Web-A-Sode. Weil du die Web-A-Sode schießt. Okay, kann ich dir nichts vor dem Beginn? Soda, botton, Wasser? Wie geht es die Fragment? Okay, okay, gut. Okay, hier wir gehen. Picture auf in 3, 2, und... Willkommen, Willkommen, Willkommen zu Pain-Faktor! Ist da ein Mute-Button für ihn? Okay, jetzt sind wir bei Deadpool. Den muss man natürlich kennen. Den lustigen, verrückten... Mutant, kann man sagen? Ja, würde ich sagen. Und ja. Von ihm gab es ja auch ein Spiel. Vielleicht machen wir es auch, weil ich habe es auch zu Hause. Vielleicht mache ich davor mal ein Spiel. Ja, hier müssen wir jetzt Kameras zerstellen. Acht Stück. Und das kriegen wir schon irgendwie hin. Hoffe ich. Danke schön. Wenn du mir schon mal gehört hast, wenn du... Du weißt, was dir... Du weißt, Wimby. Ich kann nicht auf jeden Fall, in deinem Spanchen, zu schrauben meine Cameras. Du musst auf uns mit meinen Armee schrauben. Und bei Armee, ich sage es an die Producation. Und bei Producation, ich sage es an die Interessen. Und bei unpaid Interessen, ich sage es an die Fans. Du musst auf uns mit meinen Fans schrauben. der lammest supervillain ever ok ihr alle gegen mich? wirklich? alle den Baseballschläger? das ist halt Baseball-Saison oder warum habt ihr alle einen? au ok das war natürlich nicht so wie der Spruch au sehr gut au ok kam schon? sehr gut, im in da wird nichts die Kamera zerstört und ihr seid auch noch dran äh lol aua das war jetzt total nicht so cool aber egal an der Suppe mit Fire ja ja genau genau das war ich gerade auch machen bei ihm aber ich wollte natürlich nicht au ok schon down, dankeschön ok die Kamera sind da, da und da ok auf geht's ok ok irgendwie kriege ich das Emblem irgendwie nicht ah jetzt aber, geht doch hm ähm ok ich kann mal schon sagen ok da sind sie wieder guten tag hua da ist ja da ist ja da ist ja was aufgegangen unten am Boden ok so sind die fallen hier also ok kriegen wir hin leute, kriegen wir hin ok wo gehen wir jetzt als nächstes hin au ah klasse ist hier irgendwas keine Spinne nehmen wir auch gerade mal hier mit aua 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 ok naja wenigstens sind wir hier oben immerhin was gutes so ok wir gehen mit dat lang und hier hin ok da sind die nächsten lögner ok wow naja jetzt auch will noch einer ja du müsstest noch gerne ihr könnt alle gerne eine abreibung bekommen gehen wir mal hier hoch oh ok da schießt nur einer ok da schießen zwei ok gut das war schon ok das war schon äh ok so war das oh habe ich wieder Kameras ok ich kriege mich aber irgendwie hin in die Kameras ich kriege mich aber irgendwie hin in die Kameras ich kriege mich beim Hemd ich kriege mich ja diesen Part ja gut hin ich versuche hier halt die ganzen Fanboys hier zu erledigen also ich nehme auch noch eine Aufgabe die ich noch erledigen muss dann haben wir ja noch ein bisschen Zeit um da schneidest du hm ok da verladen mir auch schon ein wenig ist gut aber so sehr gut ich nehme noch schnell das Spindeblem hier mit und gehen hier weiter wo ist denn hier eine? ah da oben ich weiß dass ich die Kameras zerstören muss aber ich würde hier auch gerne die Embleme mitnehmen 90 Stück, oh gut, schon ein bisschen was, schon ein bisschen zahlen aber nur ein bisschen einsammeln bitte so, ich hab das wars ah da hinten ist noch einer ich habe nichts vergessen die ganzen Kameras hier noch wo soll hier denn eine Kamera sein? da oben? nein irgendwo hey ich bin verwirrt wo soll hier denn eine Kamera sein? verstehe ich gerade nicht im egal wo? ey nicht schlagen ich bin der der schlägt dankeschön wo ist denn die Kameras? da ist einer ah da sind die doch schon alle du bist zerstört du bist zerstört Kamera und Kameras dankeschön ey ich bin schon noch ein paar erledigen zehn stück noch von euch fliege schön noch noch neun au komm schon dankeschön ich würde schon sagen ob er das schon wieder aufsteht hat das noch zwei so erledigt gut da ist noch einer und ok das liegt nur noch komm her gut nur noch vier ich muss hier unten rein ok ich weiß wie ich habe gerade schon eine Lupe gesehen wo ich runter gehen kann noch drei von euch gut genau hier ist die Kamera noch die letzte Kamera müssen erfunden irgendwo hier ist noch eine Kamera irgendwie unten wir sollten mal eine Etage runter zu kommen hier irgendwo hier irgendwo ah da ok auf der anderen Seite ah stimmt da ist einer ja klar so viele von euch aufgabe ledigt wir sind jetzt bestimmt alle gut versteckt würde ich mal so sagen hier erstmal schön die Kameras allein und erstmal hier erledigen so wir fahren erstmal da vorne an so wir fahren erstmal da vorne an ok ich komme da jetzt nur rein da unten fahre schon einen Weg oder so ich gehe nochmal da oben eigentlich immer hier runter ja hier runter muss ich irgendwie aber ich weiß nicht was der runter kommen soll aber ich weiß nicht was der runter kommen soll Aua da unten ist die Kamera wie komme ich da nur zur Hölle hin da unten ist die Kamera wie komme ich da nur zur Hölle hin da unten ist die Kamera ah wer ist schon hier ok hab ich gefunden jetzt kommen die anderen Kameras dran da unten ist die Kamera ich muss eigentlich nicht erledigen aber ich brauche die halt so gehen wir mal da rüber genau hier hin da ist noch eine Kamera wie komme ich da rein wie irgendwo da gibt es ja irgendwo einen Weg da ist schon oben da ist schon oben ah ja schon oben ok gut haben wir das doch schon hier hallo geht doch dann gehen wir jetzt mal hier weiter ich bin noch ein paar Kameras da oben zum Beispiel ah wie ok 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 ich weiß wie ich da hochkammer ja irgendwo ist die Kamera hier hier rein irgendwie wie gibt es denn hier nur am besten einen Weg da rein ich sehe da unten auch keinen Weg ah das ist komisch da kann man die Flüge ja so die Kamera fliegt ok ja gut gut zu wissen wo ist die Kamera jetzt? da hinten schon und 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 nein ja komm schon nein hä wie komm ich da jetzt am besten hin ah geht doch ok ich bin noch eine Kamera wo ist die? da unten ja stimmt da unten aber wie komm ich da runter? wie komm ich da am schnellsten runter? da ich sehe das irgendwo außen einen Weg oder so ich sehe das mal ein bisschen um irgendwo muss ja einen Weg geben hier wird die eine Kamera kommt aber nicht durch kommt aber nicht durch da drin ist die da drin ist die gibt es hier wieder einen ein Luftschacht oder so wo ich reingehen könnte oder auch nicht? ok es gibt doch keinen das ist der Preis? na super ja da legen wir noch die Kameras 2k 15 kriegen wir hin Aua Sehr gut Wir haben wieder eine Aufgabe ledigt Aua Jetzt seid ihr dran Noch mehr, wie viele denn noch? Oh, ich kann's gerne öfters aktivieren wenn ihr wollt Oh, Clash haben wir eine 100er Combo Wuhu, das hatte ich auch noch nicht Im Let's Play So, hier ist komplett dran Da habe ich diese Power leider nicht mehr Ich will Benjamin Der Benjamin Okay Aua Erledigt War einfach Oh Sondern Ich hoffe es hat's gefallen Nix part geht's sehr weiter Und ja, wenn es euch gefallen hat Könnt ihr gerne Daumen nach oben geben Und bis nächste Woche Beim Kampf gegen Deadpool von Spider-Man Shattered Dimensions von Und soll das schon noch Tschüss